hallo zusammen mit dem start mit metro 20 33 ich hoffe der sound ist natürlich richtig und wieder 23 gesagt wir sind bei natürlich bei metro last light mal gucken die mutter das ok danke vielmals vielleicht haben wir mit diesem einsatz die tochter von miller die tochter von miller ist die tochter von miller muss mich jetzt nicht als kind also ich eigentlich bin ich doch viel höher als sie oder hier sind überall tote alles klar haben die sich alle versammelt oder was für eine trinkpartie oder sowas und ich wurde nicht eingeladen der monos uns gesoffen heute ohne uns alle mann hier in ordnung die karte zeigt dass vor uns ein sammler einstieg liegt alles haben wir uns gestoffen krasse schwarze bewegung ich komme nach die dünne und schön aus natürlich dass es nach links gehen und gucken was mal ob es irgendwas gibt irgendwas würde die hätte sein können dass es jünger es gibt weil bei manchen bei manchmal ist das so okay es ist immer noch dasselbe wie man alles auf geht hier ist anja anjahren anna ich war fixe kann alle das ding ist schnell ich glaube nicht dass uns hier etwas ernstzunehmendes begegnet klasse die leite nur noch ein bisschen weitergehen werden wir sehen ob du ein schwarzen gar nicht der grund für das alles wir leben in schwierigen zeiten der ganze orten summt wie ein bienenstock ursprünglich gegründet um die metro vor gefahren zu beschützen hat er unbeabsicht selbst eine neue gefahr geschaffen also die tunnels der geheimen militäreinrichtung gesetzt betragen das riesige verschlossene vorratslager fanden dachten wir das sei die rettung der menschheit mit dem unmengen nahrung und medikamenten dort mit dem funktionierenden reaktoren hätten wir alle definitiv überleben können und den tag erleben können an dem an der oberfläche die strahlung nachlässt und wir nach oben gehen können und die erde wieder zu unserer heimat machen kann ihn irgendwie nicht anfassen jetzt gerade obwohl hier munition liegt munition und das kannst du mir grad machen okay ich bin voll gerade von der munition ja das ist natürlich schade wenn du mir lasst doch bist dann werde ich nicht knallen sie hat den selben gedanken ich hatte den selben gedanken leider das heißt sie wird nicht auf den baum gehen es sieht absolut geil aus ohne leute also es sieht einfach absolut mir hier mal episch aus die grafik die grafik sieht absolut geil aus leute die grafik ist einfach absolut geil aus es ist wirklich so ich liebe einfach dieses spiel lasst uns zum haupteingang gehen das ist eine gute schussposition es lässt sich ein großes gebiet abdecken du sollst ja immun sein gegen daven ein plus aber ich bin nur ein normales mädchen also kann ich da nicht rein geh rein und such die kreatur ich glaube da die schwarzen hier so von dir angetan sind wird die deinen geruch wietern oder was auch immer die tun und aus ihrem versteck kommen versuch nur im freien zu bleiben damit ich dir deckung geben kann wir halten von kontakt und wenn du zweifel haben solltest keine sorge ich kümmere mich darum na gut dann viel glück ich kann nur davon schwärmen ich kann nur von diesem spiel schwärmen es sieht einfach der absolute hammer aus das ist ich sag das jetzt wirklich nicht darum weil ich das spiel mag oder ob ich irgendwie werbung dafür machen oder sowas der spiel ist einfach nur der absolute hammer wenn ich jetzt ehrlich ich bin stellung ich kann nicht sehen da wo das nest war brennt immer noch was eine tolle wüste hier ich habe wirklich gute arbeit geleistet ich habe wirklich gute arbeit geleistet ich sehe eine bewegung ich sehe eine bewegung ich sehe eine bewegung ich arbeite dran das sind keine schwarzen das sind keine taten das geheule war ärgerlich gleich kommen noch mehr nach drei weiter so bei ich sehe auch das ist ich habe mich das ist Reicht das denn zugekommen? Mach weiter! Gut, dann wird es endlich was verstanden. Sieht so aus, als hätten wir die Ordnung aufgeräumt. Wie geht es dir? Hey, alles klar bei dir? Hey, Arno! Du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht bist du jedoch mehr als du ein Schuhkaninchen. Ich schlage das ja wohl, ne? Nee. Schon durchlässig, oder? Ah, schöne Filter gefunden. Okay. Das sieht ja schon krass aus, ey. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Es war besucht die Mitte von dir auf 2 Uhr. 30 Minuten auf 2 Uhr. Was ist er? Sieht klein aus, aber es ist definitiv ein Schwasser. Früher hält dich ab! Na los! Bruder, Bruder, ist es... Verdammt! Ist der schnell! Wie hat er das gemacht? Reit ihn von links ein! Er ist noch da! Ziele! Ja, mach'n ruhigen! Ja, mach'n ruhigen! Verlust! Warte! Er muss sich hier sein, wo sich beobachtet! Ich will ihn! Du schiffst, du kleiner Scheiße! Bring auf ihn, Arno! Es führt keinen Weg dran vorbei! Ich will aber nicht auf ihn springen. Das war ja kein Spielwort. Irgendwie? Warum müssen wir manchmal so rot? Irgendwann? Gottfuck! Nein, das ist Papa rechts! Er ist direkt über dir! Pass auf, komm! Das ist tot! Das ist tot! Ja! Nein, ich hab' das umgeschmissen! Ich hab' nichts gesehen, wo es umgeschmissen wird! Justru! Ich habe die Szene, wo es umgeschmissen ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie immer ins Gesicht treten müssen. Das war schon beim letzten Mal so, beim letzten Teil so. Die Kreatur, die ich in den Außerbändern und Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarz heraus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück, gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Hmm. Fängt natürlich gut an, also noch eben gerade schön in der D6-Station schon vorhaft da gewesen und jetzt beim Deich. Naja, toll. Mal gucken, was sie uns sagen. Versturbenführer. Diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Reich ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der Hirn. Vermutete Mutation. Was? Nein. Nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme. Zwei Beine. Zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Aha. Körper halten. Du bist hier nicht in der Hanse. Was? Du bist ein Mutant. Nein. Was? Zum Müll schlucken. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle. Faschist. Puh. Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie. Lebe hoch. Zwei. Zwei. Langlebigen Massen Moskwin. Zwei. Bitte. Bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen. Die bringen mich um wenn sie das hören. Ok? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Geht auf! Wo ist denn? Was? Alles? Hier, nimm das Messer. Behalt es. Ähm, du gehörst also zum Spannterordner. Ich bin von der Roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders fast. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Scheiß drauf! Hört die Köln in der Joggenmose wieder an! Dabei! Ich verstehe, ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Ich habe nur ein Messer und er hat eine Waffe? Was? WTF? Was hatten die über den Milchschlucker gesagt? Wieso? Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Digga, du hast eine Waffe und ich habe nur ein fucking Messer, Alter. Ich wollte doch gerade eben komplett ausgerüstet. Scheiße, ich wurde gerade toll ausgerüstet, ey. Nicht sowas. Irgendwas, geil ist hier. Ja. Warum hat das jetzt die Stimme auch immer so? Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Okay. Gute Güte. Ich habe Gerüchte von seinem Gefangenenlager hier gehört. Aber es ist mit eigenen Augen zu sehen. Mein Gott. Alter. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Was ist hier ab? Okay. Ich gehe vor. Du folgst mir. Und jetzt bleib leise. Sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay. Da, 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 da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist. Berg. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay. Wo gehen wir jetzt hin? Der ist anscheinend im Laden irgendwie. Was wenn? Hey. Hey. Heb mich mal hoch, ja? Ich kann nicht hochheben. Ich muss irgendwas drücken oder so. Das ist sowas. Hey, ich bin so voll ins Licht reingekommen. Und so. Okay. Okay. Oh, nice. Komm, hier hoch. Vielen Dank. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Mons. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt, vorsichtig. Ja? Du kannst nur still atmen. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Alter, es ist geil. Schöne Schlechaktion gerade, ey. Bewegung! Hey, ich guck. Ich kriege sie voller den Ausstieg hier. Was ist hier eigentlich nichts sagen oder so? Wir machen. Hast du das hinbekommen, Leute? Das ist schon irgendwie krass hier, Leute. Was ist das für ein abgefucktes Ding, ey? Du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Ja, du wachst an den Weg, die ich hier. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Aber was könnte... Was ist das? Bitte, bitte. Ich bin in Ra! Ah! Ha, 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 ha! Der Restreit. Wir schlagen ihn mit einer Schaffel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Gefangene 1,30. Hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich weiß nicht. Ich schwöre bei Gott. Aber sie sich an und auch ausmachen. Du hast Glück. Ich dachte schon, er würde... Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Erlöst die Leiter. Ich brauche Platz. Luf! Schnapp dir so viele wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Erlöst du nichts, außer dass wir alle getötet werden. Öffnest du bitte die Zellen? Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Bitte! Okay. Ich habe mich versucht, die. Ich habe mich im Wachraum. Versuch's, ich versuch's. Okay, schraub dir die Glübber in den Rals. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns da. Hey, Spazamer. Was würden wir für dich etwas übrig hätten? Du bist ohne ihn. Ich versuch's, ich versuch's, Leute. Mein Ziel ist es schon, irgendwie euch zu retten. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe oder nicht. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hansa hat mich die ganze Zeit genervt. Ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Zack, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde. Daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Es ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe 200 Patronen dafür bekommen. Ich nehme die Hälfte. So, so. Warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer. Das war gut. Jetzt können wir da jetzt weitergehen. Und unsere Aufmerksamkeit auch irgendwie machen. Geht noch irgendwas? Hier ist noch irgendwas. Ich bedürfe noch irgendjemand lang. Weil zumindest ist es ruhig irgendwas. Aber irgendwie ist es komisch. Ist das normal, dass das so löchrig ist? Was ist denn das? Was hängt denn da? Was ist denn da? Was hängt denn da? Was hängt denn da? Was hängt denn da? Oh, Leute. Pavel, ah, er heißt ja schon Pavel. Eintrag 1, der tote Bodanische Garten war immer ein tödlicher Verlassener Arzt. Und Staga hatten ihn immer gemieten, selbst bevor die Kürzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Ich war die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartung dort hinging. Aber dieses Mal waren auch ein paar Staga vom Reich dort. Diese Volkspuristen verlassen sonst fast nie die Station in der Mitte der Stadt. Wunahe suchten sie den schwefelten Überresten des Gartens. Und warum hat Anna mir nicht geholfen? Millers Tochter wollte doch niemals einen Kameraden verlassen. Was er in sich auch gefangen. Genommen war. Sie ist ein derber Lötfang und scheint mich bis zum Markt zu hasen. Da ich nicht wie Hander bin. Aber ich mache mir Sorgen um sie. Ist sie jetzt Millers Tochter oder ist sie jetzt Handers Tochter? Keine Ahnung. Aber relativ egal, meine Freunde. Es war mir wieder eine Ehre für euch, die Folge zu kommentieren von Metro Last Light. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich werde das auch gleich erstmal weiterspielen. Obwohl wir das eigentlich ein bisschen spät haben für mich. Und in dem Sinne würde ich sagen, rinne, rinne, meine Freunde. Und haut rein. Tschaußen. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020